Jeder weiß, dass die Fans eine richtig gute Stimmung in Serbien machen. Von beiden Seiten, von Partizan und von Roter Stern. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute aus Belgrad kommen, aber wir spielen zu Hause und am meisten Fans sind unsere Fans aus Köln. Ich hoffe, dass sie morgen eine gute Stimmung machen. Ich weiß, um die Größe und die Bewertung des Spiels für die ganze Stadt, für den Klub und auch für die Fans logischerweise, die davon geträumt haben, ein Europacup-Spiel hier in Köln zu haben. Aber für uns als Mannschaft, glaube ich, ist es wichtig, sich jetzt auf die Basics zu konzentrieren und dieses Erfolgserlebnis weiter durchzuziehen und im Idealfall ein gutes Ergebnis zu machen, um dann für Sonntag vielleicht auch wieder Luft zu bekommen und positiv reingehen zu können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.